Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportkameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es nicht um Schalke, sondern um die AE-Jungen von Hessen 06. Das dritte Aufstiegsspiel heute zu Hause gegen ASSV Lett Marte. Da kommen die Jungs schon zum Aufwärmen, da im Hintergrund. Ja, heute spielen sie gegen Lett Marte. Lett Marte ist auf dem vierten Tabellenplatz, haben nur einen Punkt, den haben sie bei Obersprunghöfe geholt. Und letzte Woche gegen Stockholm haben sie 8 zu 0 verloren, haben sie eine richtige Derbe gekriegt. Und das heißt für Lett Marte, heute müssen sie auf Sieg spielen und hochgewinnen, damit sie eine Minimal-Chance haben, um noch in die Aufstiegsplätze hochzukommen. Da zwei aufsteigen, heißt das für die, die müssen heute auf Sieg spielen. Ja, und unsere Jungs, die Estlarana, ja, letzte Woche das dramatische Spiel gegen Westfalia-Herne, 3-2 gewonnen, lagen ja zweimal zurück und haben danach das Spiel gedreht. Super Leistung, kämpferisch, war spannend, war alles drum dran, alles war dabei. Ja, und heute gegen Lett Marte, bei einem Sieg, bei einem Sieg haben die das selbst in der Hand, am letzten Spieltag in Stockholm, den Aufstieg perfekt zu machen und dann Geschichte zu schreiben. Weil noch nie ist eine A-Jung von Hessler, nur 6, aufgestiegen in die Bezirksliga. Ja, dann drücken wir heute die Daumen, dass es klappt. Und dann sage ich euch, viel Spaß beim Video und wir haben noch ein Interview mit Niklas, Innenverteidiger. Viel Spaß bei dem Interview. Vor dem Spiel habe ich das aufgenommen, schaut euch das an. Viel Spaß beim Interview. Okay, ja, hier ist der erste Interviewpartner Niklas, 19 Jahre Innenverteidiger der A-Jugend. Aber das müsst ihr erstmal wissen. Niklas, von wo kommst du und wie viele Kilometer fährst du fürs Training und fürs Spiel? Also in der Hinrunde bin ich noch 160 Kilometer aus Herford hergefahren, weil ich aktuell außerhalb von Gelsenkirchen studiere. In der Rückrunde sind es jetzt nur noch 60, weil ich aus Nordkirchen komme. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine kleine Strecke für den kleinen Klub hier. Du musst uns erzählen, 60 Kilometer, um extra hinzukommen, um zu trainieren. Warum? Wieso ist die Mannschaft so geil? Der Trainer, der Klub, bitte, das musst du unseren Zuschauern erklären. Unglaublich. Um ehrlich zu sein, wollte ich eigentlich vor der Saison aufhören. Aber ich hatte noch nie so eine geile A-Jugend gesehen. Die Trainer sind auch mega. Das Mannschaftsgefüge, es passt einfach. Jetzt nochmal hier rüber zu fahren, weil es ist einfach Hässler. Die Jungs sind klasse und ich habe Bock drauf. So, letztes Spiel habt ihr ja 3-2 gewonnen. Habt das wirklich spannend gehalten bis zuletzt. Sag mal deine Eindrücke, wie das war. Ja, es war so ein bisschen wie gegen Sporköbel nur umgedreht. Man legt 2-1 hin und dann dreht man das Spiel tatsächlich noch durch die 2-3 gute Wechsel vom Trainer. Erste Halbzeit haben wir wieder Unmengen an Chancen liegen gelassen. Daran müssen wir heute auf jeden Fall arbeiten. Und in der Defensive machst du eigentlich das Spiel ganz gut. Du kassierst zwei unglückliche Tore. Aber grundsätzlich haben wir das Spiel mehr als verdient gewonnen. Wie siehst du heute das Spiel gegen Letmarte? Letmarte habe ich mir am Wochenende angesehen. 8-0 haben die bekommen gegen TUS Stockum. Das heißt natürlich nichts. TUS Stockum, absolut brillantes Team. Guten Zehner haben die auch. Aber wir müssen heute drei Punkte einfahren. Anders werden wir nicht mehr aufsteigen. Steigt die Anspannung langsam? Eine Stunde vorm Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also von Spieltag zu Spieltag wird es ein bisschen enger die Luft bei uns. Gerade nachdem man am ersten Spieltag hat wedern lassen, ist man jetzt unter Zugzwang. Aber das werden wir heute auf jeden Fall holen. Alles klar. Danke für dein Interview und viel Glück. Bis gleich. Danke schön. Grüß dich. Ja, heute das dritte Spiel. Letzte Woche habt ihr das ja richtig spannend gemacht. Bis zur letzten Minute. 3-2 gewonnen. Wie siehst du das Spiel heute? Aber letzte Woche haben wir Moral bewiesen. Es ist immer schwer, wenn du gerade nach einer Auftaktniederlage reinkommst. Wir lagen jetzt zweimal hinten in den beiden Spielen. Wir haben Moral bewiesen. Und heute sind die Jungs Zeit, um in Führung zu gehen. Und die Führung dann über die 90 Minuten über die Zeit zu kriegen. Bekommen wir auch hin. Und dann holen wir heute die sechs Punkte. Ich bin sehr optimistisch. Komm rein, komm rein. Da ist der Co-Trainer. Wie seht ihr jetzt den Gegner? Lett Marthe. Mahlzeit. Da ist der Co-Trainer Marco. Wie seht ihr hier? Lett Marthe. Lett Marthe hat letzte Woche acht Stücke gekriegt von Stockholm. Ich war überrascht. Aber ich glaube, so etwas ist immer mit Vorsicht zu genießen. Hört sich erst mal auf dem Blatt brutal an. Aber ich weiß ja, oder wir wissen alle, dass Lett Marthe auch in Iserlohne in der Kreisliga Erster geworden ist. Das heißt, sie haben auch eine qualitativ sehr hochwertige Truppe. Und dementsprechend werden wir auch das Spiel angehen. Wir wollen natürlich aufsteigen. Wir wollen die drei Punkte hier in Gelsenkirchen behalten. Und die Jungs werden alles dafür tun, dass wir hier am Ende als Sieger vom Platz gehen. Das hört sich gut an, damit ich euch nicht weiter stören. Ich weiß, ich weiß. Alles klar, viel Glück, ne? Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.